Hallo Leute und herzlich willkommen zur der mittlerweile glaube ich fünften folge time for the beast wir haben jetzt so viel hier hässlich und da haben wir jemanden Leis hat es auch endlich mal geschafft dazu zu kommen und da unten ist Leon der unter Falkos Grundstück fahren wird Falko das sieht dich der schwör der klatscht dich Nee dürfen wir ja nicht das ist das Problem dürfen wir nicht weil das Falkos Grundstück ist so diese folge was wollt mir diese folge machen weil die andere kuh totes ich wollte mit leist jetzt erstmal die ganze ja genau die gab das grundstück schöner machen hier hast du eine Schaufel ne war das meine Schaufel mach dir einfach Equipment ich bin nicht Schaufel ja warte dann hier da mache ich in der folge schon mal die alle du brennst da ist die Schaufel hinter dem Tisch ich bin warme Duscher genau so ich würde sagen wir fangen jetzt das allererste mal zu zaubern in dieser folge ja weil ich nämlich diese ich will nämlich richtig geile Lampen haben haben wir denn schon Schatz ich brauche irgendwas das Feuer enthält eigentlich geht das relativ leicht soviel du hast du hast du auch welche Charts oder bist du auch warm dusch aber ja ich habe ganz viele Charts weil ich aus dem ich brauche Feuer Charts trinkt ich glaube ich wurde Leon jetzt mal aus lass mal Leon ausbuddeln wir helfen ihm mal so mit ich bin auf Höhe 54 ja ja Problem ist ich hol jetzt mal die Bäume weg ne ja mach mal und bepflanze ich mal bitte neu dann ja hey Leon du bist direkt in dem Falkus Mine so ich bin jetzt gewappnet ich gehe drunter in meinem Leon du hast jetzt die letzte Chance was runtergekommen wie schon gesagt oh ich glaub du bist bis zu mir links ja warte sieben Meter ja du kannst meine haben ich baue mich öffnen wieder hoch ja ist er ja du hast sie wieder aufgesammelt ich weiß LOL LOL ist unter mir was ja die ist da ist noch einen Block frei und die ist noch reingerutscht ja ich darf hier wieder mit der Hand durch einen schnellen Block ja mach ich auch gerade da liegt sie und ich seh sie ich muss noch einen schnellen Block ich hoffe Falko mault uns deswegen nicht an ich glaube nicht das sieht eigentlich an immer ganz gut chillt ja da genau kriegt dann einen Zauberstab wie alle anderen auch Samuel hat einen von mir bekommen in der letzten Folge Sophie hat einen bekommen von mir ja das stimmt nicht und ja und dann musst du auch auf den ich hab den Table gegeben ne mach mal rechtsklick mit dem Zauberstab drauf ja 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 ich warte auf Leon 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 also wie sieht's aus also also ich würd sagen der Hügel hier der der Hügel hier soll noch weg Ui das ist ne Aufgabe aber also ich weiß nicht entwie guck mal oh das große Grundstück ja ich hab 26 Eisen für alle ja nur nur ich brauch die Fire Charts ne das sind die falschen äh das sind doch nein das sind rote rote Dinger achso die meinst du da hab ich nur ein Air Charts ne brauch irgendwas ich hab jetzt auch nicht mehr Charts gefunden so warte mal ich hab mal ich hab mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal hier hast du deine Redstone ne ne wer zu haben wer zu haben habe ich wer zu haben die letzte Folge schon gefunden äh da brennts ja ich hab ich hab das ich hab 60 lapis lazuli zu verzaugern ne doi zah einmal weg 60 lapis lazuli hast du 60 stück brauchen wir nicht zum verzaubern aber mit dem lapis mit dem lapis lazuli können wir wenn wir in den nether gehen können wir dingens machen ähm 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 wie heißt es denn ich hab silber gefunden äh können wir können wir ähm jetpack bauen ok das heißt Leon ihr müsst euch mal angucken wie auch wenn die Schienen hier sind ja hab ich schon gesehen ich dachte boah allein ich ja verschliegen bisschen rolle für den Backpack ja hm äh lern ich bräuchte mal Eisen und sehr freundlich doch ja die sind alle O-Fan weißt du äh ich brauche einen Eimer ich hab einen Agenreik ne krass teilschmacko jetzt ohne Witz ich kann mir einfach so simpeln Feuerzeug machen ne warum nicht ne das wär viel zu leicht was grad sagen ne das wär viel zu töpfter übrigens mein Timer ich hab übrigens mein Timer jetzt ne ich mach mal jetzt ne dia-spitacke ne und dann hol ich ähm ja ja mach ich mach auch mal was ich hab mein Timer übrigens jetzt erst gestellt weil ich es nicht geschissen gekriegt habe das heißt wir nehmen jetzt wahrscheinlich länger auf ich geil so jetzt brauche ich noch ein einziges und das finde ich das ist nämlich Magie die habe ich nämlich in dem Baum gefunden den ich abgef- Silverwood da ja ein bisschen Magie oh ne nö nö Nitor 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 ja aber ich brauche was zu essen jetzt kann ich hier schon wir haben nichts zu essen wir haben gar nichts wir sind zwei Weizen wir sind arm ja dann gehen wir jetzt erstmal Schweigetöte oder ne wir haben gar kein Essen ich bin dabei Gartenfeld anzulösen ja reg mir das Essen in der nächsten Minute naja wenn du ein bisschen aushältst eine Minute ist ja mal relativ relativ ja ich suche jetzt nach Hühnern weil die hier immer umlaufen im Urwald ähm ich habe vorhin äh hier Kühe und Schweine gesehen irgendwie Lennart hast du einen Eimer? ja einen Eimer ja klar ah dankeschön äh ich brauche jetzt einfach mal was kann man denn da rein tun alles Kies habe ich jetzt schon erforscht ihr habt wirklich gar keinen GAR keinen Firechart nö Wolltest du? Firechart guck mal sieht nett aus ne warte mal wir haben keine das mit dem Redstone waschen war schon glaub ja das mit dem Redstone war richtig geil ok ok wir haben unsere erste Formel wir haben unsere allererste Formel nö dann erzähl mal was kann man damit machen nitor nitor kann man damit machen AHH schafte ich brauche mein Buch wo ist mein Buch? wo ist mein Buch? da ist mein Buch ohja nitor jetzt muss ich schon wieder rechnen weil der Creep auch gegangen ist glaub ich in allerersten Fall Ich weiß es nicht mehr, ich glaube. Weil ich meine jetzt das Loch durch den Berg. Achso, das habe ich da durchgebaut. Leonard wollte sich überall durch. Genau. Das ist ein zweiter, und was hast du noch? Eins? Ach, ich brauche mal Lava. Das wäre recht freundlich von oben. Ist der Lava, Lava? Wenn der mir Lava mitbringen würde. Ja, ich muss gucken, ob ich einen mit habe. Dann mache ich einen Feinberg. Dann kann ich die Lava mitbringen. Du hast recht. Wir haben ja selber Eisen. Das Problem ist nicht, würde ich es mit dem Motor auch selber machen. Ja, aber ich bin ja gerade rüsten, deswegen. Achso, ja, das wäre richtig. Ist ja dick. Genau, in der Zeit kann ich mir das Bienending machen. Bienen, 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 Bienen. Bienenhaus. Bienending. Ein Bienenhaus. Die Bäume wachsen aber schnell. Ja. Bienenhaus. Gleich craftet das mal nicht zu richtigem Holz um, sondern lasst es einfach mal in dem Zustand. Wenn du ein Dingsholz ab... ein Dingsholz abfarmst. Hast du denn Dingsholz gerade bei dir? Zufällig? Ich bräuchte mal... Nur Eiche. Ja, dann Eiche. Also auf jeden Fall im rohen Stück. Im rohen Zustand. Äh, weiß ich nicht. Mir egal. Also mach einfach... Ich brauch acht Stück. Mittlerweile 15 Levels. Doch nur durchs... Ich... Danke reicht. Danke. Doch. Danke. Dies für einen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich ein Dorf gefunden habe. Äh, das Dorf da hinten... Passt du nicht, ne? Naja. Kommt auf an, weil ich 500 Meter vom Dorf entferne. Vom Riecht von der Stadt, ja. Da ist das Dorf. Ja, da waren wir schon. Da waren wir alle. Wenn ich jetzt aber Items finde und dann... Nein, da haben Sophie und ich schon durchgeguckt. Nein, macht er nicht. Nein. Ich hab mir jetzt erstmal ein Waypoint gemacht, damit ich es wiederfinde. Ich hab leider kein Eisen, Mr. Riegel. Ja, dann werde ich mir eben... So schnell es geht. Ich leiste erstmal mit Eisen bewerfen und dann... Oh ja. Du brauchst dein Eisen. Ja. Und dann komm... Klumpen Eisen. Ich hab ein Klumpen, Klumpen. Und dann komm ich runter. Du kannst ja mal gucken, ob wir schon genug haben für ein... Ähm... Electric, ähm... Burnance. Genau, ein Plan Electric war ich. Das wär nicht richtig... Keine Erde. Richtig geil, wenn du das mal. Kein Essen. Nee, Futter hab ich auch nicht. Ähm... Knochenmehl. Wenn du da einmal rechts... Einmal draufklickst, dann weißt du, was du suchen. Dann... Nee, hab ich nicht. Knochenmehl. Nicht, hab ich nicht, wirklich nicht. Knochenmehl? Knochenmehl ist cool. Akkel, Swag und so. Einen Eisen wäre schon ganz cool. So, wo muss ich hinlang? Lang, fliegen. Alles Gelt. Aua. Klar, darüber hin. Tschüss. Ich muss ja nur ganz, ganz schnell. Ja. Ja. Ich nutze für dich also nach. Jetzt hab ich leise ja gar nicht. Danke, wie cool. Naja, töfte. Ich glaube, jetzt werden wir schon lange mit der Aufnahme durch, aber das ist mir scheißegal. Wir machen jetzt bis bei mir auf der Uhr Viertel nach... also Viertelstunde ist und dann... Du hast... Passt das. Leis... Ja. Du hast mal ganzes Holz. Ja, ich quatsch, ich komme. Ich bin schon unterwegs. Ich hab ja schon das, was ich wollte. Ah, nee, nee. In der Troo ist noch ein bisschen. Ja, aber minimal. Ja, geil. Mehr brauch ich nicht. Hast du ein DC? Waffeelift zu gehen. Ah, wie geil. Soviel dazu. Mach's gut. Tschüss. Wir sehen uns. Ja, ja. Ich bin einfach mal unter Leis. Das ist voll gruselig. Ich sehe euch nicht. Mit dem Ausgang, wie so viel das ist. Ich hab schon, ich hab schon. Alles gut. Alles cool. Ja, die ganze Zeit ein Skelett ist noch. Ja, das ist hinter dir. Ich mach den Minimap. Nein, ich komme. Nein. Terraforming. Terraforming. Das kann man voll gut betiteln. Terraforming. Naja. Ich weiß nicht, ich glaub die nächste Folge könnt ihr mal aus einer anderen Perspektive sehen, weil ihr habt jetzt die letzten drei Folgen. Warte, die dritte, die vierte, die fünfte, ja genau. Die letzten drei Folgen. Aus meiner Perspektive gesehen, ich glaube mal die nächste könnt ihr aus Leis-Sicht sehen. Wenn wir das, ja doch, das wär dann die, das wär dann die Freitagsfolge. Das wär die Freitagsfolge dann. Gucken. Hat sie mittlerweile ein Programmat, oder hat sie mittlerweile... Nein, hat sie nicht. Sowieso nicht. Wie ich sie kenne. Jetzt wollen wir gucken. Jetzt brauch ich Wasser. 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 Das sollte kein Problem sein. Water, water, what is water. Okay, und jetzt müssen wir nach Zauberbuch gehen. Pass auf. Da ist es, muss man herkommen. Wir brauchen... ...Fackeln. Nicht so schnell. Wir brauchen noch... Ich brauch noch Fackeln. Einmal Fackeln, bitte. Dann fackeln mal die Bruder ab. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Ich hab schon, ich hab schon. Ich hab zwei Sticks Kohle. Jaja, ich hab ja auch Kohle im Ofen. Stars. Okay. Ähm. Also, wir brauchen... ...sechsmal... ...und eine Fackelt jeweils... ...zwei. Das heißt, wir müssen dreifach hier mal reinwerfen. Eins, zwei, drei. Oh, Kräuterbad. Dann brauchen wir, was Energie enthält. Redstone enthält Energie. Aber wie viel? Zwei Stück. Wir brauchen Energie. Und wir brauchen vier Stück. Okay, dann können wir zwei Redstone reinwerfen. Oder? Ja. Da muss man übelst rechnen, das ist voll krass. Äh, und dann brauchen wir noch vier Feuer. Problem ist nur, wir haben nichts, was Feuer hat. Oh mein Gott, ich habe meins. Oder hast du noch irgendwo... Ach, wir haben Gravel hier. Da kann ich gucken, ob ich Dinges rauskriege. Feuersteine. Scheiße. Boah, ist das schön, wenn ich bald nicht mehr dahin bin. Äh, Lais, könntest du mir mal gefallen tun. Du hast ja die... Du hast ja die Schaufel, ne? Ja, eine Schaufel. Dann macht das hier mal bitte alles kaputt. Alles, was hier aus Kies ist. Bitte. Das wäre voll freundlich von dir. Na klar. Und dafür kriegst du so eine... So eine... Weiß nicht, hast du nur Ho schon? Äh, ja. Da hast du eine, aus Grün. Ich sitze jetzt zwar gerade auf dem Feld, aber... Ich stehe hinter dir. Du kannst mir auch einfach eine Schaufel geben. Ich habe immer übersehen, weil ich da hinterher meine Kiste hatte. So eine Kiste hatte ich da. Cool, danke. Gut, ich habe Kies. Zwei Stück. Drei Stück. Sollte reichen. Wird, glaube ich, aber auch gleich verhungern. Hat so ein Feuerstein? Nein, hat leider keins. Lais, hast du das Eisen noch? Ich brauche drei Eisen. Er ist im Karton, äh, in der Kiste. Jetzt haben wir kein Eisen mehr, gut. Doch, 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 doch. Da ist noch nichts drin. Oh, nice. Ich glaube, wie viel... Warte, wie viel brauchen wir? Vier, okay. Lais, dann nimmst du einfach mal bitte diesen Zauberstab hier. Ich werfe... Ich werfe das... Warte, warte. Nein, nein, ich werfe... Oh, ich sag, ich werfe es da rein. Und jetzt machst du rechtsklick drauf. Oh, ich hab mich verzählt. Oder hast du es bekommen? Jo, das covers something, but you can't record... Was steht da drin? Nein, du hast es nicht erlernt. Du hast es nicht erlernt. Deswegen geht das nicht. Fuck. Mach mal alles von vorne, ne? Da muss ich das jetzt ja machen. Hier ist den Zauberstab. Danke. So, ich hab jetzt Fackeln noch. Danke. Aber wie lange Fackeln. Ich hab das Rezept schon wieder vergessen. Ich hab sechs. Eins, zwei, drei. Okay, und jetzt... Ein Feuerzeug. Und... Wie viel war das nochmal? Vier... Redstone, Redstone, ist mal Redstone da. Redstone, zwei Stück, oder? Ja, zwei Redstone. Eins, zwei. Ja, aber du kannst es wenigstens hier rausnehmen. Wenn du Lust hast. Was ist denn das? Nitor. Von einer Nitor-Pflanze in Anspaß. Ähm, stell's einfach, plant es mal irgendwo hin. Oh. Nimm es und plant es irgendwo hin. Mach mal an. Einfach irgendwo hinsetzen. Dirt. Ist einfach nur ne Lampe. Das ist voll... Da, da. Weißt du, darfst mich töten. Ich hab keinen Hungerball mehr. Darf ich? Ja, darfst du. Mach ich mit der Saphir-Spritz. Ihr macht ein halbes Herz. Ihr macht ein halbes Herz Schaden. Gibt's ja immer noch. Aua. Na geht doch. Ach doch. Geh Bursche. Gut, ähm, ja, sind wir schon... Ich glaube, wir sind schon locker bei 10 Minuten. Das ist mir egal. Ich werde in dieser Folge jetzt noch das Bienenhaus fertig machen. Könnte man, muss man aber nicht. Ähm, Spaß. Ähm. Lol, du hast die Kiste neu getötet. Verwirr mich nicht. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Auf dem Knopf. Ach, das ist das Holz. Holz. Hab ich. Hä? Es geht nur mit Birkenholz. Kein Eichenholz. Oh, scheiße. Oder? Was willst du denn? Ach so, warte. Stamm, stamm. Es geht auch mit Eichenholz. Oder nicht. Egal. Ähm, ich würde sagen, geht es mir erstmal voll verwirrt. Und, ähm, wenn diese Folge... ...mit einem... ...tüftigen... ...Auh. Eintüftigen, hau. Ja, und... ...und... ...ja, haut rein, Leute.